hallo freunde der virtualität schön dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen video ja heute zocken wir drop that the cabin home invasion auf der quest 3 und home invasion ist das neue update das mixed reality update für die quest 3 und ich glaube man kann sogar auch mit der quest 2 zocken und ja wir zocken jetzt mit der quest 3 home invasion ist quasi in den eigenen vier wänden kann man drop that the cabin zocken man zeichnet sich türen und fenster ein da wo normalerweise auch türen und fenster sind man kann aber auch glaube ich einfach wirkende wanden fenster reinzeichnen scheint das dann auch aber ich habe jetzt wirklich die realen türen genommen und ich habe das in einem raum gemacht den wir vor kurzem noch renoviert haben denn noch nicht fertig ist also es kommt fast ein komplett leerer raum da steht noch ein kühlschrank trockner und ein kleiner tisch drin und das ding hat sehr sehr viele türen und ja da habe ich das gezockt und es ist echt cool es macht spaß und wir haben hier einen wellen modus wir müssen eigentlich ich glaube zehn minuten warten bis wir extrahiert werden also bis wirklich hilfe kommt die uns abholt und ja dann muss man einen satelliten starten und diese muss man auch beschützen man muss aber auch darauf achten dass die zombies nicht ins haus reinkommen und die versuchen relativ schnell in die türen reinzukommen und die durch zu durchbrechen und das ist echt übel das geht relativ schnell und das erste mal habe ich mich richtig erschrocken als sie dann auf einmal in zimmern neben mir standen und das ist schon komisches gefühl aber gut wenn man lange zeit vr gezockt hat dann weiß man eigentlich ja das ein nichts passiert aber erschrecken tut man sich trotzdem ab und zu es ist noch richtig cooler shooter wir kriegen von von welle zu welle bekommen wir neue waffen ich hatte freigeschaltet einmal ja revolver kriegt man am anfang dann eine normale diegel glaube ich dann eine schrotflinte eine uzi und dann kriegt man auch immer verschiedene nahkampf waffen noch ein baseball schläger und so weiter das kann man alles freischalten mit der zeit und ja dann wird man natürlich auch immer besser aber ich finde es echt sehr sehr hektisch wenn es einmal eine tür kaputt ist oder eventuell zwei und die kommen rein also meistens ist dann bei mir schluss schauen wir mal wie ich mich im gameplay schlage ich habe mein vorheriges gameplay nicht aufgenommen wo ich relativ weit gekommen bin schauen wir mal wie ich jetzt wie weit ich komme aber ich will euch eigentlich mal nur zeigen wie das game so ist wie man den raum ein bisschen einrichtet das zeige ich euch dieses room setup mal ganz kurz und ja dann zocken wir mal eine runde auf zwei mal schauen wie weit ich da komme ja und im abschluss werden wir dann auch noch mal darüber sprechen also viel spaß beim gerne danke sebastian hier sind wir auch in dem raum wovon ich gerade gesprochen habe und ja der ist eigentlich perfekt für dort der cabin home invasion wir haben hier genug türen also das ist natürlich zum heizungsraum führt garage dann zur waschmaschine nach draußen zum garten hier haben wir einen kleinen tisch stehen da ein wäscheltrockner hier im kühlschrank und diese sachen das zeige ich euch jetzt im raum setup den raum gut scannen und dann erkennt ihr auch alles ihr seht ihr hat hier so eine oberfläche erkannt außer hier diese markierung habe ich gemacht auch was erkannt und ja da kann das spiel dann auch sachen ablegen die sehen gleich auch so aus wie ein tisch also man markiert immer was wenn ich das sag möbel hinzufügen dann könnte man hier halt irgendwas markieren ich sag mal hier würde jetzt irgendein irgendein teil stehen so so das wäre jetzt ein regal oder sonst was das kann ich dann halt benennen wie ich möchte hier ist ein regal und zack und ich weiß nicht weil da jetzt nichts steht kann sein dass das spiel das gar nicht als regal empfindet weiß ich nicht müssen wir gleich mal schauen werden wir gleich sehen dann sagt man einfach alle objekte skizzieren und hier gehe ich jetzt einfach rein falls ihr jetzt denkt warum ist dieses fenster denn jetzt hier so ein bisschen versetzt man ich muss bei diesem fenster so ein bisschen was spielen weil die tür zu groß war oder das fenster zu groß und das die richtige tür kann dann da unten raus und zwar ein bisschen blöd sah dann blöd aus im spiel von daher ja habe ich das dann so gemacht so jetzt gehen wir mal wieder zurück die änderung hat er jetzt übernommen wenn man irgendwas falsch macht und dann kann man nicht ins spiel rein aber hier hat alles geklappt wenn ich jetzt erneut spielen drücke dann beginnt das spiel und wir spielen einfach eine runde ich möchte euch das einfach nur mal zeigen ich finde es mega cool aber auch ein bisschen creepy also ich habe mich gestern auch so ganz kurz erschrocken weil dann auf einmal so ein vieh neben mir stand ist schon ein komisches gefühl aber auch sehr sehr cool gemacht so hier haben wir jetzt unsere waffen wir gehen einfach auf hier sehen wir jetzt ein tisch das habe ich auch als tisch markiert der kühlschrank ist auch ein tisch und ja hier haben wir jetzt unsere türen das sieht auch echt cool aus finde ich und hier kann man schon mal unsere waffe laden man kriegt jede runde neue waffen und ja hier muss man jetzt halten den transmitter aktivieren aber ich finde das mega cool man kann hier überall hinschauen und ja ich bin eigentlich in ganz normalen zimmer wie ihr hier seht und ich das richtig richtig gut gemacht aber auch ein bisschen creepy also ich würde mich freuen wenn man hier zu zweit spielen kann also es ist nur die home invasion version und es gibt also was normales in vr das zeige ich euch aber auch noch aber nicht in diesem video jetzt müssen wir hier erst mal den beacon aktivieren und jetzt ziehen die zombies oder die monster zieht es zu diesem turm hier habe ich eine tür vergessen aber ist egal haben wir eine tür weniger zu bewachen und das wird nachher so ja so anstrengend so schnell alles da gerät sich irgendwas aus und ich finde das hat richtig was das fühlt sich richtig gut an lässt du mein fenster in ruhe ha der reicht aber aus zielen geht ja auch ganz gut ja es ist ein wave shooter aber da das in mixed reality ist ist das richtig gut finde ich und das ist jetzt noch echt langsam das problem ist wenn die einmal durchgebrochen sind ist das so schwer da ist mein turm in ruhe also man muss echt gucken dass man den turm immer weiter bewacht ist es ist es so wie lassen wir jetzt mal da drauf ich höre die da ich höre die da ich höre die da die da weil wieder oder Uiuii Da haben wir ihn schon Jetzt wird's kritisch Oh je Ich bin gleich down Okay Das war's Also ihr habt gesehen Es ist richtig krass Es kann richtig schnell gehen Am Anfang Und wenn man das aber Wenn man das ein bisschen gespielt hat Man bekommt natürlich auch nachher Viel bessere Waffen Man kriegt eine Uzi Man bekommt eine Schrotflinte Und immer wieder sind dann Sachen Die hier sind Von Runde zu Runde Kriegt man dann halt mehr Und Ja Man kriegt auch nachher Medic Das ist so eine Milch glaube ich Die man trinken kann Und dann kann man sich auch wiederbeleben Hab ich jetzt nicht geschafft Wir können es aber auch noch eine Runde machen Das war ziemlich schnell Von daher machen wir das Ganze jetzt nochmal Aber ich fand's Ich fand eine Tür ist Zu schnell kaputt gegangen Deshalb hab ich auch keinen Schutz mehr Von der Computer Terminale So komm Beacon aktiv Hallo da unten Ich kann deinen Stress Eine Runde machen wir Ich bin auf meinem Weg Das war mir ein bisschen zu schnell Mit zweimal wäre es aber ein bisschen besser hier Ich weiß gar nicht Geht der Mixed Reality Modus mit Das wäre ja geil Ich glaube die laufen da gerade Das ist mein Haus in Ruhe Solange die Türen hier in Ordnung sind Hab ich gar nicht so eine große Angst Aber sobald eine Tür kaputt ist Kann man die noch ausbeulen Diese Viecher die eben reingekommen sind Die so schnell waren Das war echt krass Die trifft man auch so schlecht Weil die so mega schnell sind Das ist mein kleiner Robo Der saugt ja immer schön Ich habe das Swap. Oh, die erhielt nicht mehr lange. All resources have been provided for the completion of this stage of the experiment. More resources will be given as you continue to survive. Testing, we're commencing. Oh, die erhielt nicht mehr lange. Könnte man die jetzt nochmal aufbauen? Ich weiß nicht, dass ich gestürmte habe. Oh je, oh je. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Okay. Ja, Leute. Das war Drop Dead The Cabin. Ja, Leute. Das war Drop Dead The Cabin Home Invasion. Und ja, mein Zuhause wurde komplett überrannt, kann man sagen. Ja, es war kein gutes Gameplay, aber ich wollte euch wirklich nur mal zeigen, wie das Gameplay so ist bei Home Invasion. Und ja, ich muss echt sagen, es ist ein richtig cooler Modus. Mir gefällt das auch, das Mixed Reality. Das funktioniert so gut. Einzige, dass ich mit dem Fenster ein bisschen Probleme hatte, weil es halt eine Kombination Fenster-Tür ist. Es ist halt eine Tür nach draußen, die zum Garten geht. Aber ansonsten funktioniert das tadellos echt perfekt. Auch wie man die ganzen Sachen einzeichnet, ein Regal oder einen Tisch oder was weiß ich. Und ich kann das dann auch wirklich in VR benutzen und da Sachen drauflegen. Das ist echt cool gemacht. Und ich will mehr solcher Spiele. Es muss nicht immer jetzt ein normaler, ich sag mal, Zombie-Shooter sein. Es können auch gerne andere Spiele sein von mir aus. Also Escape-Room-Spiele oder so, die man dann wirklich zu Hause so macht. Also richtig gut, mir gefällt es. Ich würde gerne eure Meinung da draußen wissen. Was sagt ihr zu diesem Modus? Habt ihr schon gespielt oder habt ihr noch nicht gespielt? Ist das was für euch? Ich fand es cool, aber es ist so hektisch nachher mit dem Nachladen und so weiter. Ich muss vielleicht nochmal auch ein bisschen üben und man kann auch den Nachladen-Modus auch automatisch machen. So Spielhallen-Modus, das man nur runter macht und dann hat man schon nachgeladen. Ich habe jetzt gedacht, machen wir ein bisschen realistischer mit manuellen Nachladen. Aber das ist echt hektisch. Wenn die einmal durchsprechen, da hat man keine Chance mehr. Also ich nicht. Aber ich finde es cool. Ich werde auch mehr von diesem Game zeigen und werde auch als nächstes mal den VR-Modus euch zeigen, wie der so ist im Gegensatz zum Mixed-Reality-Modus Home Invasion. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt hier gefallen. Wenn ja, natürlich ein Like raus. Und ja, ich würde euch darum bitten, jetzt den Abo-Button zu drücken. Dann unterstützt ihr meine Arbeit und ihr zahlt nichts dafür. Aber ihr unterstützt meine Arbeit, meinen Kanal und so kann er immer weiter wachsen. Und ja, ich freue mich darauf, mehr mit der Quest 3 zu zeigen, mehr Mixed-Reality. Gerne auch VR. Also gerne auch eure Meinung dazu. Wollt ihr ein bisschen mehr Mixed-Reality sehen? Oder sagt ihr, nee, lass mal lieber. Ich gucke lieber VR-Games. Also gerne eure Meinung auch rein. Aber Mixed-Reality wird auf jeden Fall, wenn ich da coole Spiele finde, wird es auf jeden Fall da auch noch Gameplay zu geben. Ja, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.